Willkommen zu Battlefield Hardline, der Beta zu dem Spiel, was am Ende des Jahres erscheint und wir haben den Jan mit im Boot und wir wollen ein bisschen Heist spielen. Ich glaube, den Modus haben wir, wir haben nämlich einmal kurz angespielt, um einmal zu gucken, wie die Frap sind und wie das alles läuft. Und ich glaube, wir haben den anderen Blood Money, ähm, obwohl, ne, ich glaube, Heist haben wir gespielt. Blood Money, Blood Money ist nämlich sowas, da musst du auch solche Taschen klauen und die musst du dann zu deinem Auto bringen und dann ist da ganz viel Geld drin und wir haben am Ende mehr Geld hat er gewonnen. Lass uns erstmal Heist spielen. Bist du denn noch? Ach du, wir sind in, soll ich rüberkommen oder du? Sind wir in verschiedenen Teams? Nein, bei mir ist das Spiel gerade zu Ende. Ja, ja. Achso. Mal gucken auf die linke Seite. Ja, bei mir lädt der gerade, schwarzbild. Ja, und das hier ist halt die Beta und darf man das eigentlich veröffentlichen? Ja, nur nicht monetarisieren. Weißt du doch, hat doch EA geschrieben. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, man kann halt ein paar Waffen schon mal durchprobieren, aber die Aufsätze und sowas, äh, noch nicht. Also, konnte ich bis jetzt noch nicht freischalten. Naja, wir sind jetzt auch erst Level 3. Sind wir eigentlich gar nicht so schlecht mit, aber... Naja. Müssen wir jetzt nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall kommen da jetzt ein paar Folgen von. Äh, ja. Und ich hoffe, ich bin... Hast du mal da auch schwarzbild? Jetzt. Bei mir schwarzbild mit so einer, ja, Weltkugel, die oben... Ja, ja. Ja, ja. Wo bin ich jetzt raus? Ey, das ist voll komisch. Das kann man voll schwer erkennen da unten. Dann findest du den auch? Nee. Also, bei mir wackelt das so richtig doll, sozusagen. Wenn ich das so verfolge mit den Augen. Ich kann es zwar lesen, aber das wackelt so richtig doll. Ja, das hab ich auch. Ja, das meinte ich eigentlich. So, ist der Wien wie bei mir drin? Nein. Sind wir im gleichen Team? Ähm... Wechsel rüber, schnell. Ich kann nicht rüber wechseln. Jetzt muss... Ich kann auch nicht. Glaub ich. Ich bin jetzt drüben. Okay. Oh, ich bin im Heli. Also, noch nicht, aber... Ich bin ready. Für den Heli. Ja, ich auch. Nimm mal den Mechaniker und guck mal, dass ich vielleicht dann reparieren kann. 15 Minuten geht das Spiel nur. Hm. Gucken wir mal, ob wir da zwei Folgen ranhängen. Ja, ja. Zusammen. Ja, aber... Ah. Aber in ihr Heli. Oh, ich bin drin. Ich fliege ihn. Oh, meine Güte. Ist das Fliegen hier anders? Nö. Aber ich will mal wissen, ob ich reparieren kann. Schießen kann ich nicht. Nee, nee. Du hast nur so ein Transport-Heddy. Aber ich hab ein RPG. So, ich hier mal... Alter, der ist... Fliegt echt... Ich finde, der fliegt sich anders. Der ist nur ein bisschen... Träger. Ja, ich finde, dass der... Die Kurven, wenn du lenkst, dass der dann noch ein bisschen weit in die andere Richtung schwankt. Weißt du? Setz mich einfach bei A mal ab. Lass uns erst A clearn und dann... Setz mich da mal ab. Ich bin auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Hast du einen Blick auf A? Kannst du das sehen? Alter, wir sind hier gerade gegen den Pfeiler geflogen. Hast du das gesehen? Sind die ganz oben auf dem Dach? Ja. Ich steig aus. Alter, ich auch. Ich glaube, wir müssen... Lol. Ich glaube, wir müssen verteidigen, oder? Nee, nee. Wir sind doch Polizisten. Ach, yo. Stimmt. Oh, shit. Dann hätten wir gar nicht aufsteigen sollen. Ja. Ja, ich kann... Yes. Lebst du noch? Nee. Ja, ich bin auf dem Weg da hin. Wie kann ich mir denn hier was für die Vehikel oder sowas kaufen? What the fuck, ey. Das buggt immer so richtig rum, wenn jemand hier drin... ...spawnt. Oh, 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 oh. Bam. Ich habe schon wieder einen überfahren. Die meisten Kills habe ich hier gemacht, indem ich jemanden überfahre. Nein. Mit einem Interceptor. Ich bin tot. Oh, nicht einfach bei mir. Oh, ja. Ich werde jetzt erst mal mir eine neue Waffe kaufen. Ich baue den dann einfach so als... ...als Shield auf. Ach, lol. Hier ist ja noch gar nicht. Aber die... Was ist... Accuracy? Äh, Genauigkeit. Da ist aber die... Die... ...im 16 A3 am besten. Ah, guck mal. Ich habe hierfür sogar was... ...unlocked. Jetzt müssen wir A-defenden. Wuhu! Damit die hier nicht durchkommen. Haha. Du musst leicht reden. Ich bin hier gerade am rumgammeln und gucken. Die sind schon da hinten. Ja, 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 ich bin hier gerade am rumgammeln. So, wo bist du denn? Wie ein W. So, bin da. Wo sind sie? Rechts? Weiß es nicht. Lass uns zu B fahren. Da mal gucken, weil die haben da jetzt auch die Worme geplantet. Das ist obendrauf. Äh, ich reichne oben. Drehen wir nach rechts. Drehen wir nach rechts. Warte, warte. Oh, oh, oh. Ich sehe die nicht. Alter, bin hier einfach so. Aussteigen. Oh, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Hier war noch einer. Oh, lol. Der liegt da unten drunter. Lol, wie der nur wie geschützt da oben drauf ankommt. Ja, ja, das gibt's irgendwie, das kannst du da drauf packen. Keine Ahnung, Mann. Haben die denn das A jetzt gekriegt, oder? Das ist das A. Warte mal. Oh, jetzt bin ich ja irgendwo anders gespawnt. Jetzt ist das schon voll leiser. Was soll das denn? Nein, nein. Ah, fuck. Battlelog? Wie Battlelog? Was passiert, wenn man auf Battlelog drückt im Menü? In der Ahnung. Ja, probier das mal kurz, weil ich will eigentlich nicht zum Battlelog geworfen werden. So, wo haben wir denn? Wie, 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 wie ist da? Das ist einfach nur dieses normale Battlelog. Also kommst du dann auf den Desktop, oder wie? Nicht Desktop, sondern... Nicht Desktop, sondern... In-Game. Ja. Ja. Ah, cool, dann können wir das auch mal zeigen. Friends. Aber ich würde auch mal interessieren, ob da letztendlich dann noch mehr geile Spielmodi kommen. Oh, Heli. Du kannst einfach nicht fliegen und kriegst da scheiß Teil. Ich kann voll fliegen. Pass auf. Gegen die Wand kannst du fliegen. Und da oben rauf. Ja, los. Bist du rechts? Ja, äh. Wir fahren schon wieder runter. Da unten ist aber noch einer. Ja, ich bin rechte Seite. Da... Ach, rechts. Du bist links. Ach, nee, der andere. Was ist das? Siehst du die? Du, da oben am Haus. Im Haus direkt vor dir. Hä? Na, oder eine Etage unter war der. Ob wir hier mal auf dem Dach landen? Nicht landen. Da, da ist er wieder, da ist er wieder. Guck mal, da. Siehst du den? Der ist markiert jetzt. Ich bin aber nicht. Na egal. So, wo soll ich dich absetzen? Da, bei dem anderen Heli. Wo ist der? Ach so, da ist ein Neues. Rechtsrum. Das Ding ist ja wieder oben drauf. Lass uns das mal safen. Land da mal. Oh Gott, diese Landing Skills. Ich lande doch nicht. Ich dachte, ich soll hier mal rumfliegen. Und gucken, dass du die erschießen kannst. Nein. Rechts unten drin, rechts unten drin. In der kleinen Hütte. Da schießen sie raus. Ja, das wollte ich die ganze Zeit. Wie wenig Schaden mache ich denn? Aber lass uns doch den anderen Heli auch noch holen. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Rechts von uns. Da. Wo ich hinschieße. Hier auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Siehst du den? Ja, und ein Haus weiter steht der andere Heli. Ja, okay. Kann ich draufschießen. Ein Haus weiter. Drehen, drehen, drehen. Ah, da. Jetzt habe ich ihn aufgehört. So, ja, und du springst raus? Ja. Sag mir. Ich setz dich ab. Jetzt, 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 jetzt. Na toll, jetzt bin ich ja eigentlich hier nur... Oh Gott. Ja, du bist nur Carrier. Nur Transporter. Jetzt muss noch, nur noch wer bei mir spawnen. Die anderen sind voll viele. Ja, äh. Ich fliege hier immer im Kreis rum. Ja, ich auch. So eng es geht. Ja, nicht, dass wir uns entgegenkommen irgendwie. Oh, das war dumm. Oh, nicht abstürzen. Ich habe mich gefangen. Ah. Nein, doch nicht. Emi, du bleibst mal hier. Oh, nein. Hund. Nasser Hund auf Bett. Ich muss kurz weg. Das rede du mal. Mikrofon muted. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder allein unterhalten, sagst du. Kommt denn. Okay, die Abwehrmaßnahmen funktionieren auch schon mal nicht. Oh, vorbei. Oh, ja, bin der da. 3, 6 ging ja. Klar, naja, das war dann irgendwie komisch, fand ich die Runde. Jetzt kommen ja die ganzen Geschwister immer. Aber ich bin immerhin besser als du und das macht mich stolz. Ja. Jo. Wie kann man einfach immer nur so rumschreien, kleine Geschwister. Ich hasse. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wann das nicht irgendwie nur 6 Minuten oder so? Weiß er nicht. Was steht das denn hier? Ähm. 8 Minuten 27. Lass uns noch eins dran hängen. Ja, wir sind so spontan, das machen wir heute einfach mal. Gear. Ich finde aber, der Heli fliegt sich ziemlich anders als die Helis in Battlefield 4. Ja, ein bisschen träger. Ja, aber das war auch in der Beta von Battlefield 4 so. Also jetzt finde ich die auch ein bisschen muser. Ja. In Battlefield 3 finde ich die am besten. Ja, da sind sie auch am stärksten. Ja, da komme ich auch, da bin ich richtig gut noch im Fliegen gewesen. Bei Battlefield 4, keine Ahnung, da komme ich irgendwie nicht so drauf klar wie bei Battlefield 3. Ja, weil die einfach nicht mehr so viel Schaden machen. Bei Battlefield 3 kannst du einfach auch nichts mehr machen, weil spätestens, wenn du dann einmal einen richtig guten Lauf im Heli hast, wird eh von allen auf dich gegeiert. Ja. Das ist... Und hier habe ich gerade auch schon herausgefunden, die Gegenmaßnahmen funktionieren auch nicht so wirklich. Welche Maßnahmen? Leas. Beim Heli. Achso. So, wir sind jetzt hier Angreifer. Gucke ich mal, was ich mir hier noch so schönes... Was habe ich denn noch für Pistolen? Es gibt nur eine Pistole. Ja, das glaube ich nicht. Ähm. No Gadget. Ach, guck mal hier, ich kann mir Revive, Gas Mask, Grabbing Hook. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe mir so eine Zip-Line geholt, dann können wir von Dächern irgendwie zu niedrigeren, so eine Zip-Line spannen. Ja, dann nehme ich die Grabbing Hook. Komm, steig ein, wenn du hier bist oder so. Ja, die will ich gleich mal ausprobieren. Nein, ich bin beim Fallschlungsfahren, so, wie... Wo ist die denn? Da. Distance. Wo müssen wir denn hin? Wo funktioniert das Ding denn? Wo steht das Ding noch nicht? Hier sind wir, richtig. So los. Ja, und? Machst du das mal bitte weg. Mach die Tür jetzt zu. Dass ich den ja auch so knallen muss. Ich check diesen Haken nicht. Wie funktioniert das denn nicht? Wie, welchen Haken? Ja, den Haken. Ich habe mir das so einen Haken gekauft, mit dem ich mich... Und der funktioniert nicht. Ja, der muss ich doch... ...mich irgendwo hochhaben können. Na egal, spinnen wir jetzt einfach mal sonst. Das passiert eigentlich... Achso, so geht der Kran kaputt. Wenn ich das hier kaputt mache. Ne, ich glaube, der geht automatisch kaputt. Warte mal, ich versuch's mal. Jan, komm mal her. Ja, geht. Aber hier, guck, das ist dieser... Leute, ich hab ihn... Boah, ey, immerhin dieser stressigen Eltern, ey. Und dann kommt rein, Tür auf. Bombswand dich bei mir, ich hab das Paket. Und beschütz mich. Dich beschützen. Nein. Nein. Alter. Schütz mich. Ja, mach ich doch. So gut es geht. Was machst du denn da? Hab's. Ich bin überfahren worden. So, wo haben wir denn das Paket? Das neue. Ich hol dich ab. Na, ich bin hier umringt von Polizei. Ja, passt schon. Ich hab Motorrad. Da können sie mich ganz easy runterschießen. Also, was lustig. Und das mit Unbebandbacken ist auch noch richtig schlimm. Das war jetzt sehr dumm. Ich bin in die Mauer gefahren. Ich hab überlebt. Immer noch? Hm. Ich spaw mal bei dir. Verdum mal ein bisschen rum, weil ich muss kurz den Bus abgeboren. Ich versuche. Nein. Ach, da könnte man her. Alter. Wir werden hier verfolgt. Alter. Aber driften kann man hier ja geil. Das muss man ja sagen. Ich bin jetzt erst wie, da hat jemand ein aimbot. Was? Oben im Chat stand gerade, dass jemand ein aimbot hat, glaube ich. Danach glaube ich nicht. So, dann. Lass es mal auf die Dach und deinen komischen Haken zum Rüberschwingen ausprobieren. Lass es mal aufs Dach gehen, Jan. Und wo? Weiß ich nicht. Das nächste Gebäude. Okay, ich guck mal. Einfach hier durchbrechen und dann gehen wir über ins Gebäude rein. Also hier links. Das Gebäude links meine ich nicht, die Mauer rechts. What the fuck? Ja, Treppe hoch. Treppe hoch. Und dann versuchen wir mal deinen Haken da aus. Obwohl geht das überhaupt, ist das hochgedehrt. Ach nee, hier habe ich ein Repair-Tool bei. Aber ich habe diesen komischen anderen Haken, aber der funktioniert auch nicht. Da kann ich so richtig hoch damit. Komm. Ja, ja. Okay. Wenn die Fire ist auch nicht an. Ich kriege vielleicht von dir so mich da hin. Ja, mach mal. Es geht für... Da gegenüber ist einer. Da sind viele. Ich habe sie markiert. Ich nimm den linken, du nimmst den rechten. Hier liegt eine Waffe. Hier liegt eine Waffe. Ja, ja, nimm. Warte, 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 warte. Läu, was machst du denn da? Ich habe den linken... Meine Waffe tritt von hier nicht. Läu, der ist runtergesprungen. Du bist gar nicht runtergesprungen. So, ich versuche jetzt mal mit dem Haken. Bist du gestorben? Läu. Ich habe hier... Ne, ich habe einen Sniper hier... Ne, ich habe irgendwie einen Haken gefunden. What the fuck? Hä, was kann ich denn mit dem Haken hier machen? Weiß ich nicht. Das will ich ja ausprobieren. Ich habe auch so einen öden Haken, aber der funktioniert nicht. Upp, da ist irgendwie... Nein, ich war gerade bei der... Loll. Loll! Loll! Hat der dich auch weggesniped? Nein, du bist einfach direkt vor mir weggeratzt. Alter, nimm mal den Haken. Da liegt irgendwas. Ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Wo ist denn der Haken? Der liegt auf dem Boden. Äh, wo? Das war bei mir und zeig ihn mir. Nein, ich bin runtergefallen. Da, hier drauf liegt der? Auf dem, äh, Monteur-Teil da. Ne. Hier liegt kein Haken. Doch, doch. Da, da. Nein. Oh, ich werde abgesnabelt. Ach da, ich sehe ihn immer. Den Sniper. Pass auf. Ich habe mich gerade ein Sniper-Deppel, äh, Deppel. Battle gemacht. Hab verloren, aber ich hätte ein Sturmgewehr. Das war voll lustig. So, Jan. Jetzt... Kauf ich mir diesen anderen Haken. Oder, warte mal, was steht denn hier? Ähm, firing the gravel gun at the flat length creates... Englisch ist schon scheiße. Ah, du Idiot. Das, was ich hier habe, ist so ein Haken. Das, was ich hier habe, ist so ein Haken. Das, was ich hier habe, ist so ein Haken. Ja. Hä? Ach, einer braucht, glaube ich, die Zip-Line und einer braucht diesen Haken. Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt die Zip-Line. Up to the top of the... Ledge-Ropes... Also, hier steht, man kann hiermit einen... Ehm, einen Seil abfangen, an dem man hochklettern kann. Also, ein Seil abschießen. Das heißt, irgendwie geradeaus hochschießen oder sowas, schätze ich mal, aber... Versuch mal irgendwas damit, Jan. Ja, ich kann nur runter. Bei mir geht das auch nicht. Bei mir geht runter. Boah, ich habe damit auch 19 Schüsse. Ja, ja, habe ich auch. Bist du auf dem Dach? Nee. Guck mal, hier. Also, bei mir geht das so runter. Da, guck mal. Oh, what the fuck? Und jetzt kann ich use the blind. Kannst doch einfach gehen. Ja, aber warum kann ich meins denn nicht einsetzen? Warte mal. Glaub, du kannst meins aufnehmen. Guck mal, ob du damit was machen kannst. Ja, keine Granate mehr, fuck. Ha. Lol. Das ist so wie Dead Island hier. Guck mal, ich habe Baseballschläger in der Hand. Ja, kannst du dir kaufen. Nee, den hatte ich. Aber wie benutzt man denn das Ding hier drauf? Wiss ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Guck mal, da oben ist das so ein... Ey, ich würde gerne wissen, wie man das Ding benutzt. Ich dachte... Ich mache die ganze Runde, ich stand die ganze Hände nur mit dem Haken rum. Okay, bis zum nächsten Mal.